Vom ersten Business Park, nur durch ein Waldstück getrennt, befindet sich am Autobahnzubringer zur A111 ein zweites Gewerbegebiet. Hier hat sich unter anderem ein Baumarkt und ein Kinderspielparadies angesiedelt. Am Indoor-Spielplatz Feltinchen wartet schon unser Reporter, der uns die Anlage etwas näher erklären und zeigen möchte. Hallo, ich bin Matteo und zeige euch, was im Feltinchen los ist. Bevor ich euch alles zeige, muss ich erstmal mit meiner kleinen Schwester die kleine Rutsche ausprobieren. Hier könnt ihr mit euren Freunden Geburtstag feiern. In der oberen Etage kann man mit einem extra großen Baustein Häuser bauen. Besonders cool sind die verschiedenen Rutschen im Kletterbereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bundeskörner 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 Bundeskörner